Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video gibt es 24 Fakten über die Teilnehmer der Europameisterschaft 2021. Fakt 1. Die Türkei. Das schnellste Tor der WM-Geschichte erzählte die türkische Legende. Beim 3 zu 2 Sieg gegen Südkorea im Spiel um Platz 3 bei der WM 2020 machte er nur nach 11 Sekunden das erste Tor der Türkei im Spiel. Fakt 2. Italien. Die italienische Nationalmannschaft ist seit 29 Spielen ungeschlagen, bekam die letzten 11 Spiele kein einziges Gegentor und schossen dieses Jahr im Schnitt 3,3 Tore pro Partie. Fakt 3. Rails. Mit einem Punkteschnitt von 1,86 Punkten in 7 Spielen hat die Nationalmannschaft von Rails den besten Punkteschnitt der EM-Geschichte. Fakt 4. Die Schweiz. Die Schweiz ist das einzige Team in der WM-Geschichte, das ohne einen einzigen Gegentreffer in der regulären Spielzeit ausgeschieden ist. Gleichzeitig ist die Schweiz auch die einzige Nationalmannschaft, die in einem Elfmeterschießen kein einziges Tor erzielen konnte. Fakt 5. Dänemark. Dänemark gewann 1992 das allererste Mal die Europameisterschaft. Das Krasse daran ist, dass Dänemark eigentlich gar nicht für die EM 92 qualifiziert gewesen war und dank der Disqualifizierung der jugoslawischen Nationalmannschaft erst nachnominiert wurden. Fakt 6. Finnland. Der Spitzname der finnischen Nationalmannschaft lautet Uhu oder die Uhus. Der Spitzname stammt daher, weil während ein WM-Qualifikationsspiel gegen Belgien 2007 ein Uhu ins Olympiastadion von Helsinki geflogen ist und das Spiel für mehrere Minuten unterbrochen wurde. Seitdem trägt die finnische Herrennationalmannschaft den Spitznamen Uhu, auf finnisch Hukayat. Fakt Nummer 7. Belgien. Hier kommt ein Fakt für alle, die sagen, Höh, Belgien ist kein Top-Favorit für die EM, sie sind so overrated. Leute, hört mir mal zu. Belgien verlor seit September 2016 nur drei Länderspiele. 2008 im WM-Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich, knapp mit 1 zu 0. 2018 gegen die Schweiz und 2020 das letzte Mal gegen England. Fakt 8. Russland. Die russische Nationalmannschaft, damals noch die Sowjetunion, wurde 1960 der allererste Europameister der Geschichte. Fakt 9. Niederlande. Die niederländische Nationalmannschaft ist mit Deutschland, Italien und Nordirland das einzige europäische Land, dessen Hauptfarbe auf den Heimtrikots nicht auf deren Nationalflaggen enthalten sind. Fakt 10. Ukraine. Die ukrainische Nationalmannschaft war bei der EM 2016 die einzige Mannschaft, das mit 0 Toren und 0 Punkten aus dem Turnier ausgeschieden ist. Fakt 11. Österreich. Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat mit insgesamt 21 Bundesligaspielern die meisten Bundesligaspieler im EM-Kader, sogar vier Spieler mehr als die deutsche Nationalmannschaft. Fakt 12. Nordmazedonien. Die nordmazedonische Nationalmannschaft ist mit 0 Siegen, 0 Unentschieden, drei Niederlagen, acht Gegentoren und 0 Punkten. Die schlechteste Nationalmannschaft, die jemals an einer Europameisterschaft teilgenommen hat. Fakt 13. England. Die englische Nationalmannschaft ist die einzige Nationalmannschaft, die einmal Weltmeister wurde, dafür aber nie Europameister. Fakt 14. Kroatien. Der kroatische Nationalspieler Josep Simonic hält den Rekord für die meisten Karten in einem WM-Spiel. Durch einen Fehler vom unparteiischen Graham Puhl bekam Josep Simonic im WM-Gruppenspiel 2006 gegen Australien zweimal gelb und einmal gelb-rot. Nach der zweiten gelben Karte müsste eigentlich Simonic vom Platz verwiesen werden. Aber der Referee Graham Puhl hat ihn mit einem anderen Spieler verwechselt. Fakt 15. Schottland. Die schottische Nationalmannschaft konnte sich nach dem EM-Playoff-Sieg gegen Serbien seit 1998, also seit 23 Jahren, wieder für ein großes Turnier qualifizieren. Fakt 16. Tschechien. Okay, jetzt wird Konzentration. Der ikonische Lüpferschuss beim Elfmeterschießen, der einige Teuter zum Zerzweifeln bringen, stammt von einem Tschechen. Antonin Panenka verwandelte den ersten Panenka im EM-Finale 1976 gegen Deutschland im Elfmeterschießen und dank seinem Tor wurde die Tschechoslowakei das allererste Mal Europameister. Oh, endlich mal geschafft. Fakt 17. Spanien. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wieso die Spieler während der Nationalhymne von Spanien nicht mitsingen, kann es daran liegen, dass die Nationalhymne von Spanien keinen Text hat. Fakt 18. Schweden. Wusstet ihr, dass der schwedische Fußballspieler und Teilzeitgott Zlatan Ibrahimovic ein eigenes Wort im schwedischen Duden hat? Das Wort Zlatanieren wurde von der schwedischen Sprachakademie als Verb im schwedischen Duden hinzugefügt. Zlatanieren ist ein Ausdruck für etwas stark dominieren. Fakt 19. Polen. Obwohl Polen sich insgesamt achtmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren konnten und sogar zweimal den dritten Platz erreichen konnten, hat sich Polen erst im Jahre 2008 das erste Mal für eine Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Selbst Slowenien und Lettland haben sich früher qualifiziert als Polen. Fakt 20. Slowakei. Die Slowakei wurde häufiger Europameister als Belgien, England, Kroatien und Ungarn zusammen. Fakt 21. Ungarn. Ungarn hat noch nie ein EM-Quali, weder noch ein EM-Spiel gegen Frankreich verloren. Fakt 22. Frankreich. Dafür hat Frankreich jedes Spiel der Weltmeisterschaft und jedes Freundschaftsspiel gegen die Ungarn gewonnen. Fakt 23. Portugal. Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft gewann die Europameisterschaft 2016, obwohl man nur ein einziges Spiel über die volle 90 Minuten gewinnen konnte. Fakt 24. Deutschland. Seit 1926 wurde die deutsche Nationalmannschaft nur von insgesamt 10 Trainern trainiert. Durchschnittlich ist ein deutscher Nationaltrainer 9 Jahre im Amt. Es gibt keine einzige Nationalmannschaft mit einem derartigen Wert. Für HSV und Schalke-Fans ist es undenkbar, aber für Freiburg und Nationalmannschaft-Fans Normalität. So, das war's mit dem Video. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich atnyrollfootball und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Fußball-Content. Das waren alle 24 Fakten über alle 24 EM-Teilnehmer. Hat's euch Spaß gemacht oder nicht? Wollt, könnte ich vielleicht auch einen zweiten Teil machen. Aber vielleicht mit euren Kommentaren. Schreibt mal zu jedem, zu jedes Land der EM 2021 einen interessanten Fakt, den bestimmt viele noch nicht kennen. Vielleicht kommt ihr das nächste Mal dran. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.